Jo, peace Leute und willkommen zum fünften Part von The Wolf Among Us. Ich habe das Spiel einigermaßen gespeichert, denn ich habe nach der letzten Aufnahme die Session beendet. Ja, das sieht gut aus, denn das habe ich noch nicht gesehen und ist mir nicht bekannt. Der pennt schon wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist da drin, Bigby? Du solltest nicht leben. Ich habe meinen Job gemacht. Oh, das ist dein Job. Bedingen Menschen. Hab ich doch gar nicht. Hat doch er gemacht. Bluebeard. Wie kann es sein, dass du im Leben bist? Okay, du musst das erklären, denn ich habe es noch nicht gehört. Nach einer Konversation in der Taxi letzte Nacht, habe ich von Toad eine Anruhe. Er hat gesagt, dass sein Sohn ein Körper gefunden hat. Wir haben gedacht, dass es die Zeit war. Dass sie hier zurückkommen war, war nicht einfach. Aber hoffentlich finden wir etwas, um sie zu finden. Und was, Faith? Leichnamen dann? Das würde natürlich ganz sweet sein. Ich bin froh, dass du im Leben bist. Ich bin froh, dass du nicht tot bist. Ich auch. Ich will nur auf den Boden zu kommen. Ich fühle mich, wie... Was ist es? Ich fühle mich, wie... Ich fühle mich, wie... Ich fühle mich, wie ich mich verantwortlich bin. Sie sah gerade wie ich. Und vielleicht ist das, warum sie getötet wurde. Es ist nicht ihre Schuld und du musst vorsichtig sein, es stimmt beides. Aber wir wollen jetzt erst mal die Schuldgefühle nehmen. Ja, aber da kannst du auch so nichts dafür. Es kann nicht eine Verwaltung sein. Wir müssen nur herausfinden, wer das gemacht hat. Und warum sie glamourt war, um mich zu sehen. Ich meine, das ist, was es ist, oder? Also, was ist unsere... Jetzt haben wir so eine Erklärung bekommen, warum... Okay, also mit Klima kann man auch das machen. Ich werde es herausfinden. Also, man kann mit Klima sich auch... Also, man kann sich... Also, es scheint sein Aussehen sicher bestimmen. Selber bestimmen. Dazu habe ich das jetzt nicht gemeint, aber du musst dich trotzdem ein bisschen im Hintergrund behalten. Was hast du gesagt? Ich habe dir gesagt, ich bin zufrieden, um zu sitzen herum. Ich werde nicht mehr eine Erinner-Gerl für Crane sein. Ich will nur, dass du vorsichtig sein kannst. Ich habe fast dich einmal verloren. Ich bin nicht deiner, um zu verlieren. Oha. Das war eine harte Abfuhr. TJ ist der Sohn von Tod, ne? Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Okay, es ist die zwei Talken jetzt. Und ich gehe mal zu Toad und TJ. Und rede mit denen. Ja, ich werde wieder zugespannt, wie sonst noch was. Siehst du, was gucken sie sich da im Spiegel an? Warum hast du herumspioniert? Nein, der kleine Junge sieht doch richtig verstört aus. Natürlich, ich meine. Ich glaube, er ist gar nicht wie alt er ist, kann ich nicht einschätzen, aber er ist ein kleiner Junge. Klar, kleiner Junge. Kleine Junge. Nehmen wir, wenn der so ein Leichnam findet. Erstmal, bist du in Ordnung? Okay. Geh vor, TJ. Ich gehe manchmal schwimmen, in der Rüge. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich versuche es. Natürlich, du nicht. Wir wissen, du bist ein kleiner Junge. Du bist nicht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass er das war. Ich war da, unter den großen Blöcken. Und ich hörte neuliche Fälle. Und wenn ich das höre, muss ich unter dem Wasser gehen. Und ich bleibe wirklich still und kalt. Das ist richtig, son. Dann sah ich... Ich... Ich sah die Frau. Es ist okay, son. Ich bedröse ihn mal. Okay, okay. Ich weiß. Die Frau schlug in. Aber sie hatte nicht ihre Kopf auf. Ich dachte... Ich dachte, sie würde mich auch runterziehen. Weil sie... Weil sie... Röcke auf ihren Fällen. Und sie stammelte nach unten. Sie schlugte Schmerzen. das ist mein job natürlich kann ich das haben wir bei seinem vater gezeigt ich meine toad lass ihn mal in ruhe ich meine das ist ein kleiner junge der sich da wie eine leiche runter und er singt eine besondere umstände ja auf jeden fall hat jemand gelacht wessen stimme wir müssen noch weiter fragen ich will ihn gehen lassen ja komm wir lassen ihn gehen okay ich glaube er wird uns nichts mehr genau sagen ja 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 doch er kann gehen aber ich glaube der kleine junge jetzt genug durchgemacht und soll erst mal seine hauszeit bekommen jetzt so wie so eine strafe aber nein einfach dass er sich zur ruhe setzen kann ein bisschen bei so einem kleinen jungs ist sicherlich nichts normales ja gut gemacht so ein bisschen aufmontern hier sind ja netter sheriff also zu kindern muss man jetzt auch wenn er sonst mal grimmig guckt ja ja ein paar mal ganz normal geguckt da bin ich auch stolz auf ihn ich bin stolz auf habe ich bin stolz auf ihn mit ihm als ich erwartet nur einen moment in einem moment manchmal zum spiegel gehen wenn ihr bereit vielleicht können der mir sagen warum was tot hier wirklich gemacht hat vielleicht hatte eben doch nicht nur kann ich das noch mal benutzen vielleicht funktioniert ja da ist ein genie raus Hallo, Bigby. Schön, dich zu sehen. Was hat sich Toad angesehen? Das war auch kein Reim. Ich war noch nicht fertig. Ich zeig mir Tweedledum. In einem Auto. Der Holzfäller. Der Mann und ich kämpften. Jetzt will ich wissen, wo er heimt. Ja, Mann, die krassen Reims. Was will Kully gar nicht tun? Okay, es läuft irgendwo. So. Okay, haben wir noch mal. Links ist das Geldbündel. Das ist natürlich toll, dass wir das mitgenommen haben, finde ich immer noch. Klasse, wo ist denn jetzt? Ah, da. Ne, das ist ein Parfüm-Flakon. Diesmal sind Sky-Taro-Karten. Leicht ihm ein bisschen was an. Was ist das? An...Antazidum? Es ist vielleicht ein bisschen schwerer auf ihm gewesen, als ich dachte. Das ist nur die Taroka. Also, komm, komm, komm. Haben wir ja letztes Mal eine, 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 uh, laufende Land vorbei. Der erste Episode gemacht, da kam Stärke raus. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Da kommt ja was anderes raus. Well, that's appropriate. Irgendwas mit Liebe wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir gehen auch ein bisschen schneller bewegen mit R2. So ein wenig schneller hier, denn jetzt gehen wir zu Mrs. Snow. Und sagen, hey, ich will die Leiche sehen. So, check out anyone, who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Mrs. Snow. Are you ready to examine the body now? Allerdings. Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. Come on. Ich habe schon gerade ein Paket für mich oder so. So Post, weil ich bekomme ja so selten Post anscheinend, der Bigby. Hätte sich mal über Post gefreut. Kammer des verwunschenen Brunnens. Schick. Jetzt irgendwas zu entdecken. Aha, verwunschener Brunnen. Werf doch mal eine Münze rein. Oder werf mal dich selber rein. Wäre ja auch mal ganz witzig. Okay. Ein Märchenbuch. Das ist natürlich super. Ich will eigentlich eher, dass du da was reinwirfst. Damit du vielleicht einen Wunsch erfüllt bekommst. Da ist der Kopf und der dazugehörige Körper. Sieht wirklich eins zu eins so aus. Auch mit Anzug und keine Ahnung. Allem. Also halt Aufzug. Also das, was er anhat. Wow. Ich habe nicht gedacht, dass ich sie noch nie gesehen habe. Bist du okay? Du bist okay. Du musst nicht bleiben. Du musst nicht bleiben. Du musst nicht bleiben. Du musst nicht bleiben. Ich finde es einfach nur ein bisschen strange. Ja, dann ist es echt ein bisschen strange. Was muss ich denn tun? Naja, ich muss hier Sachen angucken. Die Brosche. Vielleicht als erstes. Das ist weirrt. Ich glaube nicht, ich habe das nicht gehört. Vielleicht ist es wirklich zu ihr. Ich bin nicht Teil der Glamour. Sieht aus wie etwas aus der Hausland. Ruffkin, Sie erkennen Sie diese Symbolen? Nein. Nichts, was ich vorher gesehen habe. Okay, untersuchen wir die Halshunde. Auch ein gerades Schnitt. Okay, in den Kopf können wir uns noch angucken. Da aber niemand davon mitbekommen hat, dass Faith gestorben ist und wie sie gestorben ist, muss es eigentlich gleich sein, auch wenn es nicht genau identisch ist. Ich will die Halshunde nochmal untersuchen. Ah, ich kann auch auf den Unterkörper gehen. Seilabdrücke, ja wahrscheinlich von den Betonschuhen. Einstichstellen. Einstichstellen. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich glaube, dass sie nur für die Halshunde gehen, wenn sie die Halshunde auf die Halshunde verwendet haben, oder wenn sie versuchen, die Halshunde zu retten. Irgendwann, das bedeutet, dass es nicht eine perfekte Verbindung mit deinem Lack ist. Obwohl... ...dass... ...dass es nicht schrecklich sein... ...dass es nicht, dass du mit diesem Lacken schaffst. Warte... ...wenn die Glamour, die sie wie ich aussehen soll, sollte es nicht, dass es Dinge wie... ...Krackmarken sein sollte? ...die Brücke auch. Warum würde es alles anders verändern? Ich habe es nie gesehen, Albie. Ich hätte es nicht gesehen. Nur um den Job zu machen. Jetzt haben wir schon mal eine Möglichkeit gemacht, wo es so etwas illegal gibt. Also, es ist eine Art schwarze Markt für Glamour? Ich würde so sagen. Ich denke, irgendjemand mit den richtigen Büchern und Trainings könnte theoretisch eine Glamour produzieren. Noch eine andere Sache, um zu beschäftigen. Schwarze Markt oder nicht, ist ein ziemlich guter Match. Ja, das stimmt. Schau an das. Die Knöpfe sind auch nicht exakt. Es gibt einen extra hier. Okay... ...wennst du mir mal die Knöpfe? Das heißt benutzen, also ja. Denkt halt darüber nach. Was? Was? Ist es okay, wenn ich einen Mantel öffne? Ist es okay, wenn ich einen Mantel öffne? Okay, wenn du meinst. Da ist doch was. Ist es okay? Ist es echt? Sehr geschockt aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Aber... Äh... Ja, wir sollten keine weiter noch dazu lassen. Jetzt möchte ich mir hier die... Okay, wenn du die Unterwäsche betrachten willst, aber guck die so raus. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Warum willst du es wissen? Ich versuche nur, ob die Knöpfe sind exakt. Sie sind nicht. Okay. Das Parfüm. Was ist das? Sie hat das Parfüm mit ihr. Es sieht aus, als ob jemand es ausgelistet hat. Also... jemand hat ihr Instruktionen gegeben. Mhm. Die Tasche können wir auch noch gucken. Ist das dieser Fake-Glimmer? Ich habe schon gesehen, dass es so ist. Es ist definitiv Magik. Die Wälder sind meistens kraftvolle Objekte. Ich glaube nicht, dass es wunderschön ist. Es ist eine Art schwarze Magik. Wer weiß, was es ist. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gefährlich ist. Nicht wahr? Du denkst? Ich will nicht sagen, sehr still. Eigentlich würde ich es schon gerne sagen, aber... Was? Es ist irgendwie eine Kugel oder sowas. Eine Tablette? Du möchtest zurückkehren, wenn du Angst bist, Crane. Ich versuche es zu öffnen. Okay. Es hat etwas zu tun, was mit diesen Kugeln hier zu tun hat. Wahrscheinlich ein Muster zu bilden oder sowas. Also, ja genau, ein Tier. Sieht es mir jetzt so aus. Jetzt. Ein Hirsch. So. Noch das Hinterteil von ihm. Ah ne. Ist es ein Hirsch? Ist es ein Hirsch? Ist es aber doch keine Schwänze hinten, oder? Oh. Ist es eine Locke von Snow? Ist das... Ist das... Ist das dein Hirsch? Ah. Und daneben ist noch ein Foto. So. Wahrscheinlich vielleicht auch von Snow. Ich weiß es nicht, aber... Es sah auf den ersten Blick ein wenig so aus. Ja. Einer muss das von meinem Haus genommen haben. Ich habe gemerkt, dass es verloren ist. Aber... Ich dachte nicht. Das war das letzte Bild, das ich von Rose in mir hatte. Meine Schwester und ich nicht mehr sprechen. Wer hat das getan, Bigby? Wer hat das getan? Wer hat das getan? Ich weiß es noch nicht. Sie ist ein Troll? Du musst mich schuldigen. Davor war sie schöner. Holy shit! Hm, Tattoo. Vielleicht weiß es Holly. Sie ist nämlich auch eine Trollin. Nennt man es Trollin? Nein. Sie sieht ein bisschen... Oh nein. Was ist es? Es ist nicht Holly. Es ist... ...hier Schwester Lily. Sie wurde verabschiedet, aber... ... ich glaube es hat nur durch die Kräste. Wir müssen gehen Holly. Genau. Nein, nein. Es ist nicht Holly. Es ist... ...hier Schwester Lily. Es war sicher noch ein Troll. Wir müssen gehen. Du kannst nicht raus gehen. Warum nicht? Es ist zu gefährlich. Wenn ich doch dabei bin, ist das doch okay. Ich kann sie nicht raus gehen mit dir. Du wirst ihr ihr Leben zu riskieren. Das ist Snows Entscheidung. Ich bin ja dabei. Nein, also... Und ich bin Bigby, Mann. Ich schlage jeden zusammen, wenn er mich vor die Fresse läuft und Snows antun will, ja? Tschüss Crane. Pisser, Alter. Na, ich steht nur so da. Mann, nie kriege ich meinen Millen durchgesetzt. Also wir gehen jetzt anscheinend wieder zur Trip Trapper. Ob wir da so willkommen sind. Die Trip Trapper, die Bronx früher abends. Oh, das ist jetzt wieder der Kerr. Ja. Den gehen wir noch nicht. Die Kippe war aber noch gut. Yeah, badass Mucke. Ich brauche Entertainment. Das wird so gut. Das wird so gut. Okay, okay, ich weiß. Nur relax. Ich bin nicht hierher, was ich gar nicht zu beginnen. Okay. Frau White. Ich habe gehört, dass du ein bisschen... ...er strange Morgen hatte. Ich glaube, es war ein bisschen ein strange Morgen für alle. Ich denke. Jeden Tag, als ich diesen Mann sehe, scheint er sich zu verlieren. Es ist unglaublich. Es ist wirklich. Er verliert sich zu verlieren und trotzdem hat er alle Muskeln. Jack. Wolfie, mein Lieber. Wie bist du? Also, sie zwar kennen sich anscheinend. Okay, ich kenne ihn nicht. Weil du weißt, wir haben nur über dich gesprochen. Alle uns. In der Bar, hier. Über dich. Über dich. Ich bin wirklich nicht im Moment. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Ich bin in der Mood, um Darts zu spielen. Also, ich glaube, niemand bekommt, was sie wollen. Ich sterbe, um zu hören, über das Körper, das aus dem Ost-River kam. Es war ein Fable, oder? Oh, jeder weiß. Tweedle D. war gerade hier. Er sagte, es sah wie Snow White. Ich bin sicher, es war nicht Tweedle dumm. Nein, aber er war ziemlich sicher. Crane. Entschuldigung. Hat Crane ihn freigelassen? Hat Crane ihn freigelassen? Er hat ihn lockt in der Zelle all fucking night. Er sagte, du hast ihn torturiert. Was, ich weiß nicht, das scheint wie ein Verbrechen von deinen legislativen. Bigby, komm mal. Du kannst nicht so dumm sein. Jack, find den Off-Button. Jetzt. Was ist das mit dir zwei? Du und Gran sind alle... Let's get a posse together. Naja, Gran weiß ja inzwischen, was ich kann. Ich weiß jetzt nicht, was er sagt, wenn ich jetzt eins von denen aus will. Was ist dann? Ich schweig einfach mal, weil ich nicht weiß, was... Wenn ich jetzt Holly ansprich, sagt er dann, Holly, du bist doof oder so. Und shit, Gren's sister... Holly's sister... Holly's sister... Holly's sister... Has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it... Ich hör' ihn raus. Ganz ehrlich. Hey, easy! Fuck! What did I do? Verschwinde jetzt! So, haben wir die Sache mal in die Hand genommen hier. Ist ja direkt... Wir sind behuts, aber wir sagen's ihr. Was kann sie jetzt dafür, bitteschön? Was kann sie jetzt dafür, bitteschön? Was kann sie sicher sein? 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 Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry, dass wir deine Frau in diesem Weg gefunden haben. Und ich... Ich wünsche mir, dass das alles besser wäre. Was macht sie jetzt? Sie ist so ein bisschen, ein bisschen... Unvorhersehbar. Also ich kann sie nicht einschätzen. Sie setzt sich einfach erst mal nur hin. Holly... Geh' die fuck out of my bar. Ich wollte... Es sollte dir gewesen sein. Es sollte dir gewesen sein, und es war's nicht. Echt? Schauen wir diesen von ihr eigenständigen Aufschlust. Ich dachte. Du möchtest es gerne haben. Ich... Ich wusste nicht, dass sie immer noch so war. Der Köder war von einem Dwarf. Es ist sehr häufig. Und sehr old. Was war'vemerig zu dir. Ich wusste, dass sie dir, ziemlich gerne hat. Sehr schön, wir können allein mit ihr reden, ohne dass irgendwelchen Spasten uns dazwischen quatschen, wie sonst jedes einzelne Mal. Raus jetzt mit dir. Jedes Mal, wenn wir mit irgendjemandem reden, dann kommen 10.000 Leute und versuchen uns irgendwas zuzulabern. Jetzt können wir mit ihr hoffentlich mal ein bisschen reden. Also am ehesten, also die privaten Dinge von denen interessieren mich gerade leider Gottes gar nicht. Warum hat Lily Klima verwendet? Glammert in Snow White. Was? Oh Gott, ich bin sorry. Das war wahrscheinlich so. Sie war hooking, um zu bezahlen. Es hat mich gut zu sehen, wie sie so. Was ist das gar nicht? Was ist das gar nicht? Was ist das gar nicht? Können wir noch irgendwas tun für dich? Ist es, um, ist da nichts wir können? Nein, nein, ich bin besser off mit Sachen allein. Ich brauche keine Sympathy und keine Charity. Es ist nicht Charity. Es ist unsere eigene. Ist sie? Wo ist sie? Sie ist in der Geschäftsf登録. Sie ist beobachtbar. Ich werde da nach vorne und holen. Fuck. Bitte, wir können die Funeralangehälteren. Äh, ich denke mal, wir haben den Leichnam untersucht. Und ich finde, sie sollte ihre letzte Ruhe bekommen. Und wenn die Schwester es übernehmen möchte, dann... ...finde ich das vollkommen in Ordnung. Denn wir haben die Leiche ja zumindest... ...untersucht. Klar, aus Sheriff-Sicht hätten wir beides behalten sollen, sowohl dieses Siegel als auch die Leiche. Aber wir sind natürlich ein netter Mensch, wie sie schon sagt. Wir werden einfach rausgeschickt. Wir werden einfach rausgeschickt. Schwestern. Joa, jetzt ist nur noch eine. Ne, das ist natürlich nicht witzig, Leute. Wer darüber jetzt gelacht hat... ...gar nicht witzig. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von The War of Among Us wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist nach dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf den Markt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns noch nie im nächsten Part wieder. Peace up. Und haut da rein. Loser ist ein Daumen. Vielen Dank.